Auf ins Lager der Gruppe! Lilliana! Oh, hallo. Möchtet ihr über irgendwas sprechen? Ähm, ich würde gerne über die heutigen Geschehnisse reden. Ihr wirkt ein wenig abgelenkt. Nein, ich dachte nur, ihr wollt vielleicht mit jemandem reden. Hm, ja, ich würde gerne über die heutigen Geschehnisse sprechen. Es ist... es ist nichts. Es geht mir gut. Ich denke nur nach. Prova, lasst mich daran teilhaben. Ihr seid nicht so gesprächig wie sonst. Ja, das stimmt. Ich bekomme das alles nicht aus dem Kopf. Ich war jahrelang in Lovering und sie dachte immer noch, ich führe etwas gegen sie im Schilde. Sie hat mir nicht vertraut. Vielleicht hat sie das nie. Sie liebte mich, als ich ihr nützlich war und sie mich kontrollieren konnte. Jetzt ist das nicht mehr so. Also will sie mich tot sehen. Es schmerzt zu erkennen, dass ich sie nie wirklich gekannt habe. Tja, manchmal überwaschen einen die Menschen. Vielleicht doch und ihr wollt euch nur nicht... wollt es euch nur nicht eingestehen. Kann ich irgendetwas für euch tun? Genug jetzt, wir haben noch etwas zu erledigen. Hm, können wir vielleicht was für sie tun? Ihr hilft mir bereits sehr, indem ihr mir zuhört. Ich wusste um ihre Skopel-Losigkeit, aber nicht, wie weit sie tatsächlich gehen würde. Sie ist selbstsüchtig und grausam. Benutzt andere, entledigt sich ihrer. So überlebt sie in dem Leben, das sie führt. Und wenn sie recht hat, wenn wir wirklich gleich sind, ich hätte wohl doch in der Kirche bleiben sollen. Stan, mega, ach egal. Aber ihr sagt, der Bauer wollte, dass ihr geht. Sie hätte euch dort letztendlich irgendwann angegriffen. Glaubt ihr, es hätte irgendwas besser gemacht? Ja, der Bauer hat doch davon geredet. Vielleicht war das alles ein gewaltiger Irrtum. Ich weiß, dass ihr bisweilen an mir zweifelt. Womöglich, zu Recht. Vielleicht rede ich mir nur ein, dass er da ist, mich zu leiten. Damit ich das Gefühl habe, dass jemand auf mich aufpasst und ich nicht allein bin. Ihr seid nicht allein, Liliana. Verliert jetzt nicht euren Glauben. Oh, vergesst es, das Leben geht weiter. Das stimmt, ihr braucht den, der Bauer, nicht. Ja, sie ist ja nicht allein. Aber ich war es. Bei meiner Flucht nach Ferelden war ich allein und verzweifelt. Ich ging zu dem einzigen Ort, wo man mich mit Sicherheit aufnehmen würde. Im Kloster habe ich mein Leben als Bardin vergessen. Ich fühlte mich sicher. Ich musste mich nicht ständig vorsehen. Dadurch ist Marjolaine zu dem geworden, was sie ist. Es hat sie ruiniert und mir wird es genauso ergehen. Selbst jetzt bedauere ich, ihr Leben nicht beendet zu haben, um mein eigenes zu schützen. Daran ist nichts Falsches. Wichtig ist doch, dass ihr dem Drang nicht nachgegeben habt. Ihr sagt doch, wir hätten sie töten. Ich sagte doch, wir hätten sie töten sollen. Dieser Fehler kann später noch beeinigt werden. Daran ist nichts Falsches. Ja, spiel mir mal die Moralapostel. Wirklich nicht? Es ist der erste Schritt auf dem Weg in die Finsternis. Erst sind es nur Gedanken. Aber ihnen folgen Taten. Was wir tun. Was wir getan haben. Männer jagen und zur Strecke bringen. Ein Teil von mir macht das gern. Es ist belebend und das erschreckt mich. Ich entgleite mir selbst. Marjolaine hat bewusst entschieden, wer sie sein wollte. Das könnt ihr auch. Das ist kein Entgleiten, sondern so seid ihr nun mal. Ihr seid ein guter Mensch und werdet ihr Zimmer bleiben. Kas... Was zur Hölle? Kaszeit euch nicht dafür, dass ihr etwas tut, was eure Freunde bereitet. Was euch Freude bereitet. Oh Gott. Okay. Ähm. Ja, eben. Sie kann das auch. Wie könnt ihr so sicher sein? Ihr habt die Kirche verlassen, um anderen zu helfen. Das bedeutet doch etwas. Dem Bösen ist nicht unangenehm, dass nicht... Oh Gott, was ist heute los? Dem Bösen ist nicht unangenehm, dass es nicht gut ist. Ihr strebt zum Guten und nur das zählt. Erste Option. Meint ihr wirklich? Es tröstet mich, dass ihr das so seht. Ich wäre jetzt gern allein. Ich muss über vieles nachdenken. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Gerne, gerne, gerne. Plus sieben, Heilige. Ja, Interesse. Sehr nett. Okay, weiter geht's zu Alistar. Hallo, Alistar. Beschäftigt euch etwas? Ich hab einige Fragen. Natürlich. Okay. Oh, okay, okay, okay. Da ist eine ganze Menge. Warum seid ihr ein Templer geblieben, wenn ihr die Kirche hasst? Habt ihr die Uniform gesehen? Nicht nur schick, auch noch bestens verarbeitet. Ich liebe die Schneider-Kunst. Das ist gut. Ich dachte, Templer trugen meist eine schwere Plattenrüstung. In diesem Fall hätte die ein Magier werden sollen. Oh, ich hab' ich noch nie darin gesehen. Nicht schon wieder. Könnte ich einfach mal eine normale Antwort geben? Ähm, ja, wir haben ihn noch nicht darin gesehen. Aber das werden wir bald. Ich halte sie unter meinem Kissen versteckt. Manchmal nehme ich sie liebevoll in die Arme und erinnere mich an die guten alten Zeiten. Da wird das Auge schon mal feucht. Ähm, nein. Was ist der wahre Grund? Ihr bleibt ein Templer aus Gefühlsduselei? Ihr lenkt also durch Humor von euren unliebsamen Fragen ab, richtig? Weißen alle Templer solche Witze oder nur ihr? Hm, ich glaube, das ist nur er. Ähm, fragen wir ihn mal. Ach, wisst ihr, zwischen Schuldgefühlen und stundenlangen Gebeten ist jeder Templer oder Priester nur zu gerne bereit, bei passender Gelegenheit einen guten Witz von sich zu geben. Ihr wollt nicht wirklich mehr über mein Leben als Templer wissen. Das ist überaus langweilig. Doch, ich will etwas darüber wissen. Oh Gott, es dauert lang, aber wir wollen. Stocher, Stocher, Stocher. Sagt mir alles über euer Leben, Alistair. Gut, wenn ihr darauf besteht. Wir haben ja gerade nichts Besseres zu tun, oder? Die Wahrheit ist, dass ich es im Kloster gehasst habe. Die Anwärter aus armen Familien hielten mich für arrogant und die Adeligen nannten mich einen Bastard und ignorierten mich. Ich dachte, Arl Eamon hätte mich einfach weggeworfen und war sehr verbittert. Aber die Ausbildung selbst spendete mir Trost. Ich war sogar ziemlich gut. Bisher ja heute immer noch. Was hat euch an der Ausbildung gefallen? Magier zu jagen hat euch wohl Spaß gemacht. Ich glaube, ich verstehe. Ja, was hat ihm denn gefallen? Die Erziehung, aber auch die Disziplin. Man braucht einen disziplinierten Geist, um die Fähigkeiten der Templer einsetzen zu können. Es war schwierig, aber lohnend. Aber ich habe mich nie irgendwo zu Hause gefühlt, bis ich zu den grauen Wächtern kam. Duncan hielt die Templer-Fähigkeiten für sinnvoll im Kampf gegen die Magie der dunklen Brut. Also habe ich weitergeübt. Was ist mit euch? Gibt es einen Ort, den ihr euer Zuhause nennt? Nein, nicht mehr. Das Zirkel der Magie war lange mit Zeit mein Zuhause. Zuhause ist da, wo unser Lager steht. Wir sind jetzt Reisende. Ja, das ist mein Zuhause. Wir werden aber nicht ewig Reisende bleiben. Sobald der Krieg vorbei ist und die dunkle Brut... Nun, es wird eine Zeit kommen, da müssen wir wieder über ein richtiges Zuhause nachdenken. Auch wenn das noch weit entfernt scheint. Und die grauen Wächter wird es dann vermutlich endgültig nicht mehr geben. Doch, das wird sie. Vorausgesetzt wir überleben überhaupt. Man kann den Orden wieder aufbauen. Ihr könnt immer weiter reisen. Es ist nicht jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken. Ja, man kann den Orden wieder aufbauen, auch wenn das wahrscheinlich nicht von Nöten ist. Ihr habt vermutlich recht. Wir können neue graue Wächter ausbilden. Aber die anderen kommen nie mehr zurück. Würde es sich je wieder so anfühlen? Wie auch immer, wir sind vom Thema abgekommen. Wir sollten uns besser mit unserer eigentlichen Aufgabe beschäftigen. Will ich aber nicht. Beschäftigt euch etwas? Ich habe einige Fragen. Natürlich. Gut, ähm... Wenn ihr in der Kirche aufgewachsen seid, habt ihr dann nie... Oh, ja, jetzt wird es intim. Okay. Nie... Nie was. Ordentliche Schuhe gehabt? Sex? Ihr wisst, was ich meine. Vergesst, dass ich gefragt habe. Sind wir mal direkt. Oh, also darum ging es euch. Nun, wenn ihr es wissen wollt, müsst ihr es zuerst sagen. Wollt ihr euch was sagen? Natürlich habe ich. Ehrlich gesagt, nein, habe ich nicht. Schon sehr oft sogar. Ja, ich sage es euch nicht. Hm. Fritz ist ja voll der Stecher, was geht ab mit dem Fritzelon. Okay. Wollt ihr euch was sagen? Natürlich habe ich. Und Hemmungen habt ihr offensichtlich auch keine. Nun, dann will ich mal mitspielen. Ich selbst hatte dieses Vergnügen noch nie. Natürlich habe ich darüber nachgedacht, aber... Ihr wisst schon. Ja, und Morrigan? Ich kann da was machen. Hatte dir nie Gelegenheit dazu? Oh, verstehe ja. Euch fehlt die nötige Ausstattung. Ihr seid ein Feigling? Ihr seid doch noch unberührt. Und wie alt seid ihr? Hm, nein, wir sind nicht assi. Erste Option. Nun, das Leben in der Kirche eignet sich nur bedingt für wilde Jungs. Mir wurde beigebracht, ein Kavalier zu sein. Auch nicht schlecht, oder? Wir treten. Oh, nein. Alles gut. 滿ista,